Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Schüsse an der weißrussisch-polnischen Grenze. Die Polen mobilisieren. 17.000 Leute. Geht jetzt der Krieg, der echte Krieg, wirklich endlich, in Klammern, Fragezeichen, los? Wenn dir das interessiert, warum meines Erachtens alle Zeichen auf Sturm stehen, ich werde es bitte kurz versuchen, in Zusammenhang zu bringen. Einfach aufgrund von banaler Zahlen. Dann hören Sie mal weiter zu. Hier lesen wir vom Fokus. Massive Truppenaufstockung. Polen verstärkt seine Grenze. Ich glaube, Polen haben 230.000 Soldaten. Deutschland kann übrigens da ein bisschen weniger mithalten. Übrigens sind bei den Deutschen, ich glaube, 25% sind Offiziere. Die kämpfen nicht. Aber gehen wir mal hier in Politik mit Kopf. Mit dem habe ich nichts zu tun. Mit dem Kanal. Ich schätze ihn nur aufgrund seiner Berichterstattung, die ich für relativ. Und er berichtet mit Bildmaterial, was er nicht direkt... Wenn ihr das alles sehen wollt, müsst ihr unbedingt... Okay, Politik mit Kopf. Er sagt, hier gibt es Schüsse mittlerweile. Scheinbar wegen, weil die Russen oder wer auch immer durch Migranten an die Grenze schickt. Die werden dann mit einem Firewall zurückgehalten, sozusagen. Und die Sache eskaliert immer weiter. Eben 17.000 Soldaten wurden mobilisiert. Also in Polen ist schon die Mobilisierungswelle. Und das passt gut zum Bild, dass eben im Moment auf der anderen Seite scheinbar der russisch-weißrussische Sieg gegen die Ukraine kurz vor der Tür steht. Und wenn die NATO weiter ihre Hand auf die Ukraine hält, um dort Getreide zu ernten und die Grünen, dass die ihr Lithium kriegen, um ihre Elektromobile fahren zu müssen, müssen sie irgendwie reagieren. Und die Russen sind die Bösen. Wir haben ja schon die gesamte Propaganda durch. Ich habe ja schon die zehn Regeln der Propaganda. Der Gegner hat ganz viele Verluste. Die eigenen Menschen haben keine Verluste. Und hier muss die NATO jetzt irgendwie reagieren. Und zwar weswegen? Weil die Russen Videos über Times of India wieder veröffentlichen, die von erheblichen ukrainischen Verlusten sprechen. Ich bitte Sie hier auch ein bisschen vorsichtig zu sein, eben was die russischen Zahlen angeht. Jeder lügt im Krieg. Jeder. Wir wissen ja, dass Herr Zelensky jedoch gesagt hat, er hätte 31.000 Leute verloren. Das war glaube ich im Februar. Das kann überhaupt nicht sein, weil in seinem Land etwa pro Jahr 100.000 wehrfähige Männer nachwachsen quasi, also 200.000. Das bedeutet, er hätte innerhalb des Zeitraums des Krieges 200.000 nachwachsende Männer gehabt. Aber er hätte nur 31.000 verloren. Gleichzeitig startete er eine riesige Mobilisierungswelle. Das heißt, dass die Ukraine ganz viele Leute verloren hat. Und nicht nur 31.000, sondern eher 310.000 oder mehr, weil Frau Doktor von und zu Ursula von der Leyen ja schon nach anderthalb Jahren Krieg von 400.000 toten Ukrainern sprach, was dann ganz schnell gelöscht worden ist. Und hier haben wir Times of India. Und die sprechen hier, die behaupten, die stellen, die sagen, unverified, es gibt massive Attacks. Und die sprechen davon, das können Sie unten lesen, dass die Russen behaupten, innerhalb einer Woche, aber Vorsicht, 14.000 Soldaten, dass da 14.000 ukrainische Soldaten ihr Leben gelassen hätten. Klammer auf oder übergelaufen sind. Klammer zu. Das bedeutet 2.000 Soldaten pro Tag. Das können wir im Kopf noch rechnen. Aber selbst wenn diese Zahlen hoffnungslos um den Faktor 2 übertrieben wären, wären das 1.000 tote Soldaten am Tag oder hochgerechnet 365.000 im Jahr. Und von dieser Seite muss, wenn die NATO jetzt weiter Krieg haben will, irgendwie reagieren. Weil das geht nicht mehr lange gut. Es steht mittlerweile, stehen Chinesen in Weißrussland. Weswegen weiß man nicht so genau. Vermutlich wollen die Chinesen tatsächlich ihre Soldaten anhand realen Kampfgeschehen trainieren. Das traue ich denen zu. Das sind halt Chinesen. Ich gehe davon aus, dass das einfach so ist, dass die ihre Männer härten wollen, als dass das für die quasi eine Ausbildung ist. Das ist meine persönliche Meinung zu der Sache. Warum die da stehen, ob die jetzt an die Front geschickt werden oder ob jetzt die Weißrussen nach Kiew einmarschieren oder Richtung Kiew marschieren, um jetzt den Sack zuzumachen, kann ich nicht sagen. Da bin ich kein Hellseher. Was die da planen, ich tippe drauf, was jemand anderes schon gesagt hat auf dem anderen Kanal, dass die Weißrussen ihr Land mit diesen chinesischen Soldaten schützen wollen und die Weißrussen selbst gehen Kiew marschieren, um das einzunehmen. Das ist meine Meinung. Die Russen standen ja schon mal vor Kiew. Dann gab es diesen Friedensvertrag. Und wo dann die Ukrainer, das war im März 22 oder April, dann haben die Ukrainer gesagt, wir lassen, wir einen Vertrag mit der Waffe am Kopf machen wir nicht. Dann sind die Russen zurück. Dann haben die Russen, haben die Ukrainer dann in Butscha die Toten platziert offensichtlich, weil am Tag vorher lagen da noch keine. Das ist komisch. Und was wir auch sehen bei den Toten, bei dem Angriff von Konstantinowka am 06.09. und deswegen werden die Russen sich auf solche Spielchen nicht mehr einlassen, weil sie wissen, dass sie nur beschissen und belogen werden und verarscht werden. Und aus ihrer Sicht, jeder kann sagen, er wird von der anderen Seite verarscht. Das ist mir auch egal, aber wir sehen hier, der Krieg steht kurz bevor Polen mobilisiert. Die haben eine Mobilisierungswelle, eine echte Mobilisierungswelle von 17.000 Soldaten. Und wir wissen, dass hier in Deutschland oder in der EU jeder, der sich für Frieden ausspricht, angefeindet wird. Auf den serbischen Präsidenten gab es einen Mordanschlag. An der Stelle von Viktor Orban möchte ich im Moment auch nicht sein. Auch er ist angefeindet worden, der überall hingereist ist. Nein, nach Russland darf man nicht reisen, weil ja, und in seiner Haut möchte ich nicht stecken, weil vermutlich wird es da auch geplante Mordanschläge geben. Auch von der Alena Buix, unserer super promovierten Ethikerin, wird die AfD in die Richtung Nazis gestellt. Das ist ganz spannend. Die AfD sagt, wir wollen endlich Frieden und endlich Kommunikation mit den Russen. Und das sind dann die Nazis. Da weiß man, wer die echten Nazis sind. Die sind heute nicht mehr dunkelhaarig, mit schwarzem Bart und männlich, sondern die haben, ja, ach so, Geschlechter gibt es nicht. Oh, sondern sind heutzutage blond, blauäugig und weiblich in meinen Augen. Aber das ist nur meine Meinung. Und jetzt kracht es, weil die NATO reagieren muss. Es gibt hier ganz wenige Optionen für die NATO, um diesen Krieg mit Gewalt aufrecht zu erhalten, um damit die Ukraine nicht von Russland eingenommen wird und dass die Russen nicht den Frieden diktieren. Das heißt, Punkt 1, entweder sie können Truppen schicken. Wir haben jetzt hier ja schon eine Mobilisierungswelle, wie wir sehen. Die Franzosen haben ja ihre Fremdlegionäre ja auch abziehen müssen aus dem Niger. Die sind auch übrig, die kann man da reinschicken. Die USA werden gerade aus dem Niger rausgeworfen. Auch die kann man da hinschicken. Und die sind übrig. Ja, die muss man ja weiter bezahlen. Wenn die nichts zu tun haben, ist das ja schlecht. Also schickt man die da hin. Oder die zweite Option ist es, nuklear oder mit taktischen Atomwaffen gegen die Russen vorzugehen. Weil jetzt ja die F-15, F-15, Sie wissen ja genau, F-16, richtig einstrahlig. Aber die F-16 kommt und die kann man natürlich, das muss ja nicht man Ukrainer wissen, mit taktischen Nuklearsprengköpfen ausrüsten, um die Russen zu beschießen. Das kann man problemlos machen. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass die Ukrainer, die werden ja von fremden Leuten bestückt. Die werden vielleicht nur geflogen. Deswegen sind wir ja offiziell noch nicht im Krieg. Das sind ja alles nur die Ukrainer. Und was die Amerikaner oder die Frau Baerbock den F-16 unter die Tragflächen hängt, das wissen die Ukrainer ja gar nicht. Glauben Sie, die könnten einen Nuklearsprengkopf von einem normalen Sprengkopf unterscheiden und gehen vorher im Geigerzähler vorbei? Vergessen Sie es. Und da ist das große Ding. Das heißt also, es wird definitiv Krieg geben und das wird eine Katastrophe. Und eine Katastrophe insbesondere für die EU. Ich verweise auf mein anderes Video. Die Russen haben ja ganz klar gesagt, wenn hier diese Hyperschallwaffen der DAPA stationiert werden, dann werden wir diese Raketensilos kaputt schießen. Und die Eskalation funktioniert, wie wir sehen. Danke fürs Zuhören. Wir leben vor harten Zeiten. Die Frage ist nur, wohin haut man ab? Weil Ungarn ist ja auch nicht mehr sicher, weil ja Orban gesichert auf einer sogenannten Abschussliste steht, was man diesbezüglich wörtlich nehmen kann. Danke fürs Zuhören.